Das ist ganz, ganz krank, Prampmann. Ich schwöre, ich hätte eine Pistole noch und damit habe ich uns einen Klirr geholt. Ein. Ich fühle mich voll knatterig bei mir. Irgendwie. Ich werde dich auch auf keinen Ordnung. Ja, bei mir macht das immer... Alle, damit der Lied... Sind nur noch... Sind nur noch neue... Ey, hat sie beim Pampen? Hat er beim Pampen? Pampen? Ich hab keine. Okay, Rossi, die Künstler... Dann bleibe da gerade ein Pampen. Und mit der Pistole getroffen? Weg. Ich bringe die Snapper mit, Rossi. Bleib um. Da hat er auch noch einer. Wiederrunde über den Zweiter Köln. Ich hab dann das Snapper jetzt benutzt. einmal. Ich kann jetzt... Komm mal runter, hier. Und hier ist einer Munde. Dankeschön. 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 Sind nur noch vier. Sind nur noch vier. Das kommt der eben. Die sechsten vier. Da unten. Ich komme. Ich glaube, der ist alleine. Da hinten läuft auch einer rum. Du bist zwei. Ich bin da. Drei. Da sind drei. Einer ist noch alleine. Da hinten. Rosti, du hast den Sniper. Versuch mal. Dankeschön. Nein, ich sehe gerade keinen. Ach ja. Einer ist gut. Wir sind gerade in der Runde. Ich würde beschnitten. Ich bin einfach der Schlaueste. Ja, episch. Ich bin einfach der Schlaueste. Ich habe einfach das nicht kaputt gemacht. Und 20 epische Kronsiege. Ich bin Headset. Ähm. Von Louis Techters G500 irgendwas. Okay. Du bleibst mal hier stehen. Aber wie gesagt. Ich benutze aber nur als Mik als Kopfhörer, nicht als Headset. Ja. Weil mir ist auf jeden Fall eine Schlange drauf auf der Marke. Ich kenne die Marke aber nicht. Warte, ich habe nicht. Was gut? Kennst du das? Steel Serious Arctis Pro Wireless. Ja, komm hier, Rossi. Wiss ich jetzt gerade nicht. Ich habe Z-I-C-U-Lang. Also warte, ich schreibe es in den Chat. Ja, mein Headset. Das ist richtig nice. Ich kann das mit meinem PC und meinem Handy gleichzeitig verbinden. Okay. Das ist sehr praktisch. Und das ist ein Bluetooth Headset und da sind zwei Akkus dabei. Zwei Akkus. Und dann kannst du jedes Mal, wenn der leer ist. Also es ist quasi nie leer. Weil der eine Akku ist die ganze Zeit in der Ladestation drin. Und wenn dann der Akku leer ist, tausche ich einfach schnell. Ja, das macht Sinn. Das ist klug. Ja, das ist praktisch. Das gefühlt, das ist eigentlich so simpel, dieses System. Aber das ist das einzige Headset, glaube ich, dass es gibt, dass das hat. Guck mal, das sind die letzten zwei. Na, ich frage es mal, wo die sind. Na, ich frage es mal, wo die sind. Warte, ich mach mal irgendwas rausgeweckt. Du machst es geradeaus, man kann da. Du schießt. Du schießt mit normalen Waffen, ich mach hier Granaten-Action. Okay, raus die andere von das Tor? Der andere? Wo ist der andere? Wer ist da vorne? Warte, 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 wir sind gerade hier in der Kritsche Szene. Okay, nach oben? Das ist der letzte. Da irgendwo? Da kommt man da? Da kommt hinter mich? Da ist hier hinter? Ja, da, da, da. Ach, verdammt. Da darf ich jetzt nicht mehr. 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 Jaaa! Okay. Dann ist er zweimal in der nächsten, in der nächsten Videos dabei. Jaaa! Ich hab's dir gesagt, Rossi! So, jetzt wird er wieder am Start her. Ich sehe ein Gegner. Oh, der hat mir ein Snipe. Nein! Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Wo ist er? Bist du noch oben? Ich bin oben, ja. Kannst du mit dem Biggie runterwerfen? Welchen Biggie? Der müsste da vor dir irgendwo liegen. Ah, Szene. Aber ich schaff's doch. Pass auf, der kann gut snipen. Äh, ich merk's schon. Oh, scheiße. Ich weiß, was ich jetzt mal mache. Ich lass mal gucken, wo er ist. Verdammt, ist ja mal die Waffe verloren. Ich werde jetzt auch mal kurz zu dir runterkommen. Hier im Mini. Ja, danke. Er kann jetzt weiter auf den Container schießen, weil er denkt, dass ich noch da oben drauf bin. Am besten gehen wir hier runter, komm mal zu mir. Oh, hier ist einer. Oh. Jawoll. Hast du gerade geschafft. Der war augenscheinlich alleine, ey. Ich hab jetzt grad nur den gesehen. Nimm das Spray am besten, aber wir müssen in die Zone. Ja, sofort. Ich hab auch noch Minis für dich. Hier. Danke. Die sind hier beide unten am Feiten. Ja, wir sind das kein, also das ist nicht ein Team. Nee. Aber, der andere ist da auch noch. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Im Busch. Hast du so die Feuerpistole noch? Ja, perfekt. Nice. Hast du noch die Feuerpistole? Natürlich habe ich die. Da war so eine Deckung auf einmal ziemlich heiß geworden. Ja, ich hab gesagt sein Kind. Ja, ein Töckchen. Na und rüber. Na und rüber. Ja. Jawoll. Das ist doch schon mal ein gutes Vorzeichen. Bis zum nächsten Mal. Was für das Maul! Das ist ja für mich nicht so weitreichend. Also habe ich eine Blut. Wenn du was da sagt. Oh, nein. Ah, nein. Die Zwiebel. Die Zwiebel. Nuu. Die Zwiebel. Die Zwiebel. Die Zwiebel. Ja, den Winkel habe ich jetzt langsam raus. Und los geht's. Na gut, aber nächstes Mal muss da dran sein. Ja. Und ich glaube, ihr seid einfach. Ja. Ja, traurig! ja der ist dran der ist dran der ist dann auch was muss los ja da ist da da ist er weg da ist er weg da ist er endlich weg ja 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 genau Das war ein Hund. Da kommt er wieder. Dann lieber hier rein. Mal gucken, was das hier noch ist. Genau, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. So, jetzt muss das mit einem Leben klappen hier. So. So. Das geht doch. Okay. Mal gucken, was wir hier machen können. Da zieht ihr ordentlich was ab. Damit ist der Fick. Drei Schüsse. Da habe ich genau die richtige Waffe gewählt. Genau die richtige. Oh, da wäre ein Leben gewesen. Verdammt, das hätte ich mir gerne geschnappt. So. Hier mache ich jetzt hier mal. Na verdammt, der Fick mir so viel abhört. Na, was soll ich denn nochmal hier noch aufhört? Ja, später komme ich Fortnite um 22 Uhr ungefähr. Ich kann ja nicht nur Fortnite spielen. So, jetzt muss ich erstmal wissen, welche Waffe ich hier gleich brauchen kann. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche Waffe ich hier brauchen kann. Jetzt müssen wir uns mit Blame. Ne, Blame bringt nicht so viel. Da bringt ihn uns auch nicht so viel. Ne. Das bringt ihm was. Noch einmal Ja, das war's Perfekt Ganz einfach, Dusko, weil die auch andere Spiele Spiele außer Fortnite Es gibt auch noch andere Spiele außer Fortnite Es ist kaum zu glauben, aber es gibt sie wirklich Deswegen, also Samstag ist beim Ja, 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 ja Geschafft Und das Leben kriege ich auch noch Jetzt geht's los Das Spiel hat gekostet Das war bei Steam im Angebot Da waren die ersten Sechs Spiele oder so drin Ich weiß es jetzt gerade nicht genau Die ersten sechs oder acht Spiele waren da drin Für Irgendwas um fünf Euro waren das Ja, ich weiß, aber es macht mega Spaß Auf meine R jetzt wieder Jetzt zieht mir ordentlich was ab hier So, den haben wir erledigt Jetzt müssen wir mal gucken Da will ich auf jeden Fall Feuer nehmen Ja, musst du auf jeden Fall machen Aber die Spiele sind teilweise sau schwer Also da musst du teilweise richtig Geduld und richtig gute Reaktionen haben Und hier gibt es auch bei den Endgegnern Gibt es auch so Kombination, welche Waffen du benutzen musst, um einen bestimmten Gegner zu besiegen Zum Beispiel das hier Ist Iceman Und da ich von Fireman Die Waffe schon geklaut habe Werde ich diese jetzt gegen Iceman einsetzen Okay Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den Mehrschaden verursachen Also, wenn Iceman nichts bringt Wenn Feuer nichts bringt Dann werden wir jetzt gleich mal mit einer anderen Waffe versuchen Okay Dann versuche ich es mal Ein Electric Man Könnte vielleicht kurzschluss bekommen Ja, das bringt richtig was Siehst du das mal nicht Drei Schüsse und der Typ ist erledigt Wenn du weißt, welche Waffe du bei welchem Gegner einsetzen musst Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung Und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles, was ihr braucht Braucht ihr eins? Dankeschön Ja Hab ich hier hergestellt? Nanananananana Vorsicht, hier kommt jemand Ja Ist egal Dann mach ich jetzt fertig Der kommt mit Mit Wildschwein Mit Wildschwein Mit Wildschwein MC komm Warte, sofort Ich hab nämlich auch eine Geheimwaffe, die ich nicht verraten darf Ich passe auf, auf MC Ich bin doch wieder fit Oh doch nicht Wo bist du MC? Über euch Unter uns Über euch Warum hast du das gemacht? Weil ich ganz schnell abbauen musste Weil da war nämlich jemand mir auf die Fersen Danke MC, dass du wiedergekommen bist Warte Ich hab doch gesagt, dass ich wiederkomme Ich bin wie Unkraut Ich komm immer wieder Mhm Ich hab nämlich eine Geheimwaffe Soll ich dir die verraten? Ich bin Hitsgegeben MC warte auf mich Nicht, dass du gleich Jups Komm Ah Nicht bei mir Bei mir Bei mir MC Mann Mann Sei Mann Mann chau Mann Mann Könnte Sie Machen Gemache Das ein Pilz Epsi komm jetzt sofort machen wir eben kurz ein bisschen Fitsch ein Korn in der Form, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte hier ist noch eine Krone und sogar ist Weihnacht bei mir verraten, warum einer mich anschließt wow, ich hab 4 Kids MC, weißt du wie viel noch? ah, da ist auch jemand erledigt ich hab 5 Kids jetzt leben nur noch 3 ja eppisch eppisch am Sieg jawoll ich, ich hab vorher eine Krone an 5 Kids machen wir mal eben da mit Spray sonst überlebe ich hier nicht lange was ist der denn? ja gut, versteckt sich im Bauern ja gut, versteckt sich im Bauern das war gut das war gut hm? ich hab grad gar nicht stark nach E-Zigarette angehört ne mein Feuerzeug obwohl die alte gerade ausgemacht hat ne das ist erst 10 Minuten her also für ihn gefüllt 10 Minuten ne ja, ich hab auf die Uhr geguckt ist ja auch nicht schlimm ich hab nur 3 Euro kostet kann man das ja machen zack mit Granate getötet das ist ja nicht das ist ja nicht was das letzte Team ist ich bin durch die Kompetenzzone gelaufen eigentlich verstecken sie bestimmt wieder irgendwo eins war da wo wie die Karte lag da hatte ich jetzt wieder gut glaube ich wohl ja 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 da sind bevor jemand sagt mir einer wo wo er ist damit wir dann den epischen Sieg finden können für das Best of Video aber irgendwo muss der das sein ist ja auch noch ja er ist ja nur einer aktuell ich bin doch mitten in dem Kreis 2 und das soviert oder ja stimmt ja noch zwei sogar also das ist ja noch einfacher zu finden sein einfach mal schießen ich hab geschossen du hast geschossen das Kopfgeld ist auf jeden Fall hier sie sind irgendwie jetzt hier ist der letzte der höchst hier ist einer hier sind beide ja ich sehe sie ich war noch ein kleiner ja jawoll episch 17 kills nur Mensch geht besser 17 kills nur fängt an zu weinen ja schon drauf 6 6 soll da hochgehen ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee da hast du Deckung und du hast eine hohe Position das ist eigentlich beides eine gute Kombination ich gebe dir gleich ein medkit eine marx ok ich kann ihnen weiter ich kann ihnen noch die Reste von meinem Spray geben kannst du auch das ist ne Wurz gibt dir Reste von meinem Spray 126 im gb ich brauche mein medkit mal eben selber ja die wird nein wenn das nehmen sie der hatte ich bringen sie dir wo ist er so ist gesundheit gesundheit ist da noch zähne drin bleiben ist ein wunder du bist du da ach ich bin so doof warum bleibe ich denn nicht da stehen wer hat denn den baum gefällt ich habe einen stein durchgejagt ich habe hier schüsse auf wie viel sind noch zwei sind die beiden hier vorne machten schon mal so ein bisschen die hölle als hier man das ist wenn wir heute alles für epische sie geholen das funktioniert wenn ich da hinten und kann einfach an dieser okay dann irgendwo schön an der tanker ich dachte doch da war einer da oben also der ist gerade abgehauen als ich den angeschossen habe doch da ist einer da aber von hinten wird auch geschießen ja okay von hinten da muss irgendwie jetzt kommen okay der benutzt die toilette wir müssen jeder benutzt sie selber hä er will sterben er wird zu hartkosch sterben der arme der ist im strom gestorben verdammt nicht viel oder weil er hat schon gut was er gehabt ja er hatte auch mit er hat sich hat mitgenommen da habe ich ihn gehabt deswegen habe ich schon gut mit der strotflinte und so bearbeitet klasse arbeit danke danke ich bin wenn du stolz auf mich bist dann ist das schon was wert auch wenn du stirbst ich bin stolz auf dich stolz gestorben jetzt bist du wieder in der in der nächsten Folge, im nächsten Monat dabei. Ich bin immer dabei, Junge. Let's go. Bis im nächsten Monat.